Wie der FC Küssnacht mitteilt, gewann die Damenmannschaft am Sonntag 7. April 2024, zu Hause gegen die zweite Mannschaft des FC Schlieren mit 4 zu 0. Im ersten Direktduell des Spitzenquartetts nach der Winterpause ließen die Platzfrauen dem Gegner aus dem Limmertal insbesondere in der zweiten Hälfte keine Chance. Das Team gewann schließlich souverän, auch wenn sich das Geschehen in Halbzeit 1 noch wesentlich ausgeglichener präsentierte. Das gegenüber dem Kappspiel spielerisch stark verbesserte Team überzeugte vor allem mit einer soliden defensiven Leistung und nutzte in der ersten Halbzeit einen Standard, einen Eckball, um auf Kopfball von Erne in Führung zu gehen. Gloria Menzi agierte im Mittelfeld souverän, verteilte Bälle klug und sorgte mit der gesamten starken Defensive dafür, dass der Ball nur ganz selten bis zu Brumm kam. Nach dem Pausentee dominierten die ganz in Rot spielenden Küssnachterinnen nach Belieben und ein Doppelschlag von Lynn Brantley und Julia Mastzola anfangs zweiter Halbzeit zerstörte die Ambitionen der Schliermerinnen. Die einzige nennenswerte Torchance der Gegnerinnen parierte Torfrau Pascal Brumm Mitte der zweiten Halbzeit souverän. Gegen Ende der Partie machte Lilia Rüg per indirektem Freistoß den Deckel drauf. Aus acht Metern hämmerte sie den Ball durch die 18 Beine des Gegners, die sich nahezu kollektiv auf der Torlinie aufgestellt hatten. Das Score hätte noch deutlicher ausfallen können, registrierten doch die Küssnachterinnen drei Lattenpfostentreffer. Wie wertvoll dieser Sieg war, stellte sich nach der Partie heraus, patzerten doch sowohl Phoenix Seen und Oster mit je einem Unentschieden. Damit verkürzte der FCK den Rückstand auf die Tabellenspitze auf fünf Punkte.